Erhöhter Ölverbrauch wird oft angesehen als etwas, das man in Kauf nehmen muss. Aber dies muss nicht der Fall sein. Das Problem hierbei ist Kolbenablagerungen. Es bilden sich übermäßige Ablagerungen als Nebenprodukt von Verbrennungsgasen, aber auch Ölrückständen. Unter optimalen Betriebsbedingungen drücken heiße Verbrennungsgase den Kolbenring gegen die Zylinderwand. Dadurch wird die Brennkammer dicht und der Motorölverbrauch wird reguliert. Kolbenablagerungen sind ein wichtiges Thema, denn sie verschlechtern die Abdichtung zwischen Kolbenring und Zylinder und senken damit den inneren Wirkungsgrad. Wenn das passiert, entstehen zwei Dinge. Erstens sind die Verbrennungsgase aus dem Verbrennungsraum in der Lage, den Kolbenring zu umgehen, weil er nicht wirksam abdichtet. Und die Gase schädigen das Öl und verschlechtern damit seine Qualität. Zweitens, das Öl gelangt vom Kurbelgehäuse in die Brennkammer und verbrennt dort. Fendt-Schmierstoffe bieten überlegene Leistungen im Kampf gegen Kolbenablagerungen. Es kann auch tatsächlich vorhandene Ablagerungen, die im Motor vorhanden sein können, beseitigen, sodass die Kolbenringe wieder effektiv funktionieren. Durch diese einzigartigen Eigenschaften werden schädliche Ablagerungen an den Kolbenringen minimiert, was zu geringerem Ölverbrauch führt.